Das sagt man ja so häufig und es ist doch immer wieder wahr. Würde dieser Partie ohne Zweifel gut tun. Aber vielleicht hat ja diese erste Chance des HSV Auftrieb gegeben, etwas mehr Selbstvertrauen, vielleicht etwas mehr zu riskieren. Von Hesen. In der Mitte wartet Jusophie. Und Tor. Na bitte. Na bitte. 1 zu 0 für den Hamburger SV in der 48. Spielminute und der Torschütze Thomas von Hesen. Hier sehen wir die Situation noch einmal. 14 Meter. Kurz und trocken ins untere rechte Eck. Kaum eine Chance für Bayer und es heißt 1 zu 0 für den Hamburger Sportverein. Noch einmal. Walze schön. Und das ist der Torschütze Thomas von Hesen. Und das ist der Torschütze Thomas von Hesen.